Servus Gunsenhausen, beim Bau von unserem neuen Fitnessstudio wird mittlerweile richtig Gas geheben und deshalb haben auch wir uns was Neues für euch einfallen lassen. Und zwar sind wir ab Juli dreimal die Woche für euch direkt am neuen Bauplatz in der Richard-Stücklen-Straße in Gunsenhausen für euch mit einem neuen Vorverkaufsangebot vor Ort. Und zwar bekommt jeder, der was sich jetzt neu anmeldet, seine Basismitgliedschaft bereits für 399 beziehungsweise für 599. Und obendrauf können wir natürlich kostenlos an unseren Kursprogramm den ganzen Sommer durch bis zum Herbst, bis zur Wiedereröffnung teilnehmen. Für die, die uns noch nicht kennen, wir bei Speed Fitness bieten dir ein nagelneues, top modernes Fitnessstudio, Geräte vom Weltmarktführer Live Fitness, eine Indoor Functional Area mit Kunstrasen, ganz neu eine Outdoor Functional Area, unser VibraFit Vibrationstraining, mehrere Power Racks und vieles, vieles mehr. Und all denen, die was noch nicht ganz so erfahren sind oder vielleicht komplett neu mit dem Sport anfangen wollen, euch werden wir im Bodyguide in Theorie und Praxis alles Wissenswerte über das Geredetraining näher bringen. Und das Beste daran, der Bodyguide wird natürlich von allen gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100% übernommen. Das heißt, jetzt keine Ausreden mehr, jetzt sind die Kurse, die erste Kondition, die ersten Muskeln aufbauen und dann im Herbst richtig gut weitermachen. Alle Infos zum aktuellen Kursplan, zum Vorverkaufsangebot findet ihr noch mal oben in der Videobeschreibung. Und dann freuen wir uns auf euch. In diesem Sinn, jetzt erst recht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.